So, und da sind wir wieder. Ähm, ja. Okay, an dem Nutella-Klops ist nichts dran. Für mich sieht das aus wie so, wenn man was aus dem Nutella-Glas rausholt, so ein Nutella-Klops. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal das Rätsel an. Nee, hier kann nicht auf Alex gesurft werden. Äh, hier, Dave brauche ich doch. So, jetzt werden wir nach oben. Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Glaube ich. Nee, ich krieg das noch hin. Krabbi! Kdukdukdukduk. Ich muss jetzt nur langsam machen. So. Wir können halt nur drücken, wir können nicht ziehen. That is a problem. So, der erste Stein wäre unten. Ich hoffe, wir brauchen nur zwei. Reicht das? Und mehr kann ich nicht machen. Ach komm, ich fahre einfach mal hinterher. Wir haben die Strömung aufgehalten. Oh, wir sind so gut, ne? Aber da gab es noch mal eine Strömung. Oder das hängt alles mit den zwei Steinen da zusammen. Aber ich glaube nicht, weil wir haben ja ganz am Anfang noch mal so Steine rumgeschubst. Tentara! Auf die Ruhe! Was ist das denn? Arctos? Fuck. Ich glaube, Arctos ist so ein Special-Pokémon, oder? Hat das einen Kopf? Ich kann das überhaupt nicht erkennen. Was ist denn das? Also ich sehe zwei Flügel und einen langen Schwanz. Hat das so einen Hundekopf? Ich weiß es nicht. Ey, fufsch. Kann ich flüchten? Steht das noch da? Fuck. Dann halt nicht. Ich wollte eigentlich vorher abspeichern, ey. Damit ich dann halt immer neu machen kann, wenn ich den Meisterball verballert habe. Ach. Drauf geschissen, ey. Gibt es nicht drei oder so? Drei legendäre Pokémon? Äh. Ihr denkt euch jetzt bestimmt... Alter Jule! Nee. Ich will keine Felsen bewegen. Ich will Alex benutzen. So, jetzt. Was steht da? Steigt auf Alex. Okay. Ich hab da irgendwie immer innen gelesen. Wie, hier geht's nicht lang? Toll. Nein. Nee, Kingler. Haha. Ach, Kacke, ey. Ach, Kacke, ey. Hm. Hm. Ach, stimmt, hier neben. Hier brauchen wir aber wahrscheinlich noch Steine. So wie ich das sehe. Ich meine, dass man das einfach nicht ansprechen kann, das Wasser, ne? Ah, okay, da kann man doch rumsch- Achso, das ist der Anfang. Okay. Ah. Hä? Hä? Ja, hier brauchen wir noch die Steine. Ach Gott. Also das hat auf jeden Fall irgendwas mit der Leiter da zu tun. Nur wie soll ich denn von da aus? Ich verstehe schon. Oder können wir da drüber hüpfen? Sagen wir nicht so danach aus. Nee. Hä? Wie kommen wir denn jetzt nach oben? Wer geht hier überhaupt in so Höhlen rein? Das ist doch voll gefährlich. Ich glaube, wir ziehen einfach mal in irgendwelche Haar. Ich glaube, wir ziehen einfach mal in irgendwelche Haar. Ah, okay. Hm. Ist die Stärke noch an? Nee. War ja klar. Das ist so gut, dass man das benutzen kann, wenn die Pokémon auch schon tot sind, ne? Okay. Komme ich jetzt da oben hin? Ähm, ähm, ähm. Los, Dandis! Ah, ich hoffe mal, dass ihr das nicht hört mit dem Staubsauger, ne? Nee. Jetzt ist er aus, übrigens. Oh, das ist mir hier ein bisschen zu hoch, ey. Warum habe ich denn keine Karte davon? Komme ich von hier? Ja, ich glaube schon. Oder soll ich jetzt einfach mal mit in das Loch reinfallen? Ich glaube, ich falle einfach mal hinterher. Aber ich müsste, glaube ich, ins Wasser fallen dann. Weil ich glaube, es gibt keinen. Guck mal, einer, guck. So, der müsste jetzt, glaube ich, im Wasser liegen. Okay, dann machen wir mal hier hoch. Jetzt sind wir hier. Oh, ist das kompliziert. Hier lang? Oh, ich kann nicht laufen, ey. Ja, ich weiß, das könnt ihr eigentlich alle bekämpfen. War schon aber nett. Jetzt sind wir hier wieder. Aber ich will ja eigentlich... ...nach oben. Also der eine liegt... ...ist wahrscheinlich im Wasser jetzt. Ah, jetzt sind wir wieder ganz am Anfang. Okay. Das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Hier kamen wir her. Hier kamen wir her. Im letzten waren wir schon, dann gehen wir in den zweiten. In den hier. Wenn da das Loch ist, ...dann müsste... ...der Stein ja eigentlich da irgendwo rumliegen. Wenn ich... ...wann einfach hinterher springen. Ja, da liegt er. Ganz einsam. Und allein. Die. So. Pokémon. Dave. Stärke. So. Da hüpfe ich jetzt einfach hinterher. Ja. Wunderbar. Ich glaube nämlich nicht, dass das noch an war. So. Und normalerweise... Ja. Wunderbar. Haben wir es geschafft? Dann gehen wir mal direkt hier hoch. Oh, das sieht sehr nach Ende aus. Wir haben es geschafft. Abgesehen davon, dass wir dieses komische Arctos nicht gefangen haben. Aber ich habe jetzt auch gar nicht nachgeguckt, ob das noch mal da drin ist. Aber vielleicht kommt das ja noch mal wieder. Aber das Relaxos auch nicht wiedergekommen. Egal. Ich hätte es wahrscheinlich eh nicht fangen können. Aber ich habe das mal von Etienne gesehen, wo der da ein Zapdos oder sowas... War das ein Zapdos? Irgend so ein Elektrizitäts-Pokémon war das, glaube ich. Und da hat er auch, was weiß ich, wie lange dran gehangen. Ach. Endlich. Ähm. Dennis. Ne, Quatsch. Alex. Surfer. So, jetzt wollen die wieder alle kämpfen, ey. Machst du auch gerade Urlaub? Nein. Ich bin auf der... meiner Reise, um die Welt zu erobern. Ach. Tentara. Oh. Können wir nicht mal irgendwie was anderes fangen? Zum Beispiel ein Seemon oder so. Ich möchte mal ganz gerne wieder... ...ein Poké-Center oder sowas haben. Und einen Pokémarkt, wo ich nur ein paar Poké-Bälle kaufen kann. Hyper-Bälle. Hm. Nö. Ich habe voll den blauen Fleck am Arm. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Ah. Und tut auch weh, wenn man drauf drückt. Gerobt. Und dann muss ich nachher meine Pokémon wieder drescht haischen, docet ¯ddescht tracksch'n. Und dann muss ich nachher meine Pokémon wieder drescht haischen. Du bekommst es keine Gnade. So, grad ich mach Tacoijo nicht so Durst, hab's schuld. Selbst schuld Oh, Tetacher 100 pro Natürlich, was denn sonst Level 5 Alter, was los mit euch? Schau dir meinen gestellten Körper ruhig an Ich hoffe, du bist ein Kerl Dankeschön Und das ist Level 38 Nee, 35 Niii, was? Ja, Genesung, genau Vollidiot, ey Ach, Dennis, was denn los mit dir? Hast du irgendwie Wie der Dennis so gerne sagt Schnaps, nee, nicht Schnaps, Lackgesoffen Finde ich lustig Ja, das kannst du, ne? Ja, ne? Yo Waschlappen Sag dir zu mir Sag dir zu mir Sag dir zu mir Aber wie es weitergeht Werdet ihr in der nächsten Aufnahme sehen